Die Verspätungsanzeige Nordbahnhof Abfahrtzeit ist in anderthalb Minuten Und dann schauen wir mal, dass ich da durchkomme Ohne dass es großartig Motzerei Beziehungsweise irgendwelche Unfälle gibt Automatische Ansagen sollten eigentlich funktionieren Aber bisher habe ich es auch nur zum Laufen gekriegt Dass ich sie quasi über die Kutaste Zum Weiterspringen bringe Einmal ein kurzer Blick von außen Der Bus ist noch neu Ich habe jetzt mal das BVG Paint genommen Weil mit der polnischen Sprache Bin ich dann nicht so gut drauf Beziehungsweise passt auch irgendwie nicht nach Rheinhausen Machen wir mal die Luke zu Und ab dafür Ich hoffe, dass diesmal meine Stimme etwas lauter ist Als beim letzten Mal Hat mich selber erschrocken Aber ich lerne noch Aber ich schließe sie erstmal ein drittes Nächste Haltestelle Rothauser Straße Die wollen alle noch keinen Fahrschein Hallo Nö Tja, wie bin ich eigentlich zu Omsi gekommen? Eigentlich mehr durch Zufall Ich habe also diverse Let's Plays bei YouTube mir angeguckt Und da kriegt man ja immer so ein So eine Vorstellung oder so einen empfohlenen Videos Und da stand dann irgendwann Omsi Und Ja, da habe ich dann einfach mal drauf geklickt Und dachte mir, was ist das denn? Sah dann im ersten Moment ganz witzig aus Derjenige, der das Let's Play gemacht hat Hat auch ganz spaßig vor sich hin gebrabbelt Wesentlich mehr, als ich es in den letzten Malen getan habe Und Da dachte ich, muss ich auch mal ausprobieren Ja Habe mir das Grundspiel organisiert Habe dann angefangen, die ersten Karten zu installieren Mittlerweile habe ich mir die Add-ons alle nachgekauft Insbesondere das vom 305 Weil Diesen Bus finde ich einfach nur Hammer Und naja Jetzt hänge ich regelmäßig davor Mal gucken, ob das mit der RHB klappt Da mitzufahren Weil irgendwie interessiert mich dann doch Muss ich ehrlich zugeben Die Pilsdorf-Karte ungemein Ähm Ja, mal schauen, was die Zukunft da so bringt Reinhausen gefällt mir auch sehr gut Bei der Installation Von Essen habe ich fast die Krise gekriegt Mit den Zusatz-Ads-On Also eine Sache, die mich an diesem Spiel eigentlich Wirklich stört Es gibt super tolle Maps Ähm Vielen Dank für die ganzen Leute, die das da gebastelt haben Aber dass man da jedes Mal Tonnen an Zusatzmaterial runterladen muss Das halbe Internet teilweise durchwühlen muss Weil die Im Original-Hoster nicht mehr da sind Das nervt Also da sollten sich Mapper Und Object-Ersteller doch irgendwie Schneller einigen oder einfacher einigen werden Dass die eine Freigabe zum Benutzen Jener Objekte oder Szenerie Objekte bekommen Von den Original-Herstellern Weil das würde der Community denke ich mal gut tun Ich habe jetzt von irgendeinem Map gehört Da waren das irgendwie drei DIN-A4-Seiten Nur Zusatz-Downloads Mag zwar alles sein, dass die Map dann wunderbar aussieht Und richtig gut ist Aber Es ist nervig, stressig Das alles nachzuinstallieren Und jedes Mal nachzuprüfen Ob auch wirklich alle Add-Ons Geladen sind Beziehungsweise Ob da nicht eventuell noch was fehlt Das nutzt man dieses Map-Tool zu Und Ja Sowas tue ich mir dann schon nicht mehr an Tür offen So, weiter geht's Also insbesondere gerade wenn ältere Sachen gebraucht werden Sind die oft bei den Hostlern nicht mehr da Und da fängst du an bei Google zu suchen Landest du auf irgendwelchen dubiosen Seiten Für irgendeinen Teil sollte ich mir sogar eine extra komplette Map runterladen Damit ich dann ein oder zwei Szenerie Objekte rankomme Also Da muss man sich was einfallen lassen in Zukunft Mein Vorschlag wäre ja Was machst du Horn-Ochse denn da Ähm So eine Art Mod Host Meinetwegen auch kostenpflichtig für einen Euro im Monat Keine Ahnung Aber dafür dann gesammelt alles da wo es hingehört Dann könnte ich meinetwegen zoffen wie sie lustig sind Die Mapper und die Ob-Ersteller Und ähm Man hätte auf jeden Fall keine Probleme auch Nachträglich noch an die Sachen ranzukommen Hallo Moin Moin Einmal gepennt Einmal gepennt Der weiß auch nicht was er will hier Ah Die KI ist echt So da drüben steht ein Bus der noch halb geladen ist Interessant Mal gucken was er gleich um die Ecke kommt Gar nichts Ach hier sollte ein LKW sein so wie es ausschaut Mhm Ein schwarzer VW-Bus So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also diese Grafikphänomene finde ich immer wieder interessant Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit dem Admon-Bus zusammenhängt Oder weil ich habe einen Core i5 3750K als Prozessor Eine 7850ATI mit 2GB Videoram und 8GB Arbeitsspeicher drin Also das System selber sollte performant genug sein Warum fährt der Horn-Oxy hier vorne jetzt nicht? Dann müssen wir halt mal wieder den Laden vor uns freimachen Also wenn man aus ein paar Kacheln rausgeht Oder über F4 dann ein paar Kacheln sich von dem entfernt, wo der Bus gerade steht Ist danach die Straße vor einem frei Was manchmal ganz nützlich ist, wenn die KI mal wieder am Abtillen ist 24,8 Grad Ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie man das Ding hier richtig kalt kriegt Ich habe hier nur die Lüfter, aber ich habe nirgendwo einen Regler gefunden Wo man tatsächlich die Temperatur mit einstellt Und weiter geht's Das ist noch richtig gut Verkehr Ich habe also alles an Eindeckern, was ich habe Als KI-Puss hier reingepackt Deswegen ruckelt das vermutlich auch ein bisschen mehr So, einmal Landsratsamt Einmal die Kurzstrecke Nee, das ist nicht Da ist sie Bitteschön Und weiter geht's Vielen herzlichen grünen Pfeil am Heck nicht gesehen Mann, 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 Mann Um Manfred mal zu zitieren Ist übrigens hier bei uns zu Hause mittlerweile ein Running Gag Mann, 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 Mann Weil jeder sich bieten in Gelegenheit Der Typ hat sich hier echt eingeschlichen Kleine Fettsack So, nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Domshof Rathaus Umsteigemöglichkeit zu allen Buslinien Sowie zur Stadtbahn Zur Altstadt und zum RVW-Konferenzentrum Bitte hier umsteigen Da kommt gleich wieder ein Bus Lade-Ruckler Oh, vielleicht zwei Was ich hier noch nicht ganz so raus habe Wie breit der Wagen ist Aber im Großen und Ganzen klappt das mittlerweile ganz gut Ja, der Tür auch auf Moin Tau Bitte nochmal Zup Drei Fünf Zähl Bitte Oh Alle drin Alle drin Wieder zu Raffer tot Und links geht's weiter Nächste Haltestelle Denk dran 30 in der Innenstadt Immer schön 30 Da kommt mein bisheriger Lieblingsbus Der 305 Das Airton hat sich auf jeden Fall gelohnt Mit dem habe ich die meisten Kilometer bis jetzt runter Soja Wie ich zu Haben sie gekommen Wie gesagt Durch das Let's Play Weil ich muss ganz ehrlich sagen An dieser Simulator Wand In den Elektrosupermärkten Da renne ich eigentlich grundsätzlich dran vorbei Also was da Tavis für in Anführungszeichen schon dabei ist Keine Frage Damit wir's nicht vergessen Nächste Haltestelle Hauptbahnhof Steigemöglichkeit Und das Spiel lebt halt von seiner Community Würde ich mal sagen Also normal Wenn man nur rein Spandau sieht Das würde glaube ich nicht so lange Die Leute bei der Stange halten Als die Auswahl an Fahrzeugen Und jederzeit Neu generierten Maps Die immer wieder neue Auch Schwierigkeitsgrade In Anführungszeichen Mit sich bringen Wenn ich da an Römerberg denke Wo die Straßen doch schon Ziemlich eng sind Und man sich da Durch die Berge kraxeln muss Aber das traue ich mich jetzt noch nicht Im Let's Play Das wäre peinlich Da warte ich lieber noch Bis meine Wertung bei den Fahrgästen wieder Etwas besser ist Und die nicht so viel am rummutzen sind dann Abend Hallo Hallo Keine Fahrkarte bitte Keine Fahrkarte Zapp 3 5 10 Zack Hallo Hallo Alle drin So 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 Weiter geht's Nächste Haltestelle Hauptplatz Wobei ich der Meinung bin Dieser Bus lässt sich auch hervorragend Fahren Also Falls der Erbauer zufälligerweise Mein Video gucken sollte Gratulation Der rückt in der Skala nach oben Wenn ich denn irgendwann Diese Verspätungsanzeige da Zum Laufen kriege Wenn ich es nicht so viel Dann 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 Aufsteigen will keiner, okay. Was ich mich halt auch immer wieder frage, jetzt wenn ich so in den Foren am rumstöbern bin, wie wird ein Bus, bevor er veröffentlicht wird, geleakt? Also selber packen tun sich die Dateien nicht und hochladen. Also wird es der Erbauer wohl selber eher unwahrscheinlich sein. Bleiben eigentlich ja nur seine Beta-Tester. Ja, und da ist es dann echt schon, ja, also... Mir fällt da gerade keine passende Bezeichnung zu ein, weil wie ich solche Leute finde, die das Vertrauen missbrauchen, das Ding weitergeben, wahrscheinlich vielleicht sogar noch am Freundeskreis, das gut meinen und die Freunde das Ding dann hochladen, fremd irgendwo, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind solche Leute massiv dabei, so eine Community zu versauen. Was dann sicherlich daraus resultiert, dass dann Busse nicht hochgeladen werden, für privat nur entwickelt werden, wie man das ja auch beim Landwirtschaftssimulator gesehen hat, dass einige wunderbare Fahrzeuge auf Anfragen dann immer gleich heißt, die sind privat, die werden nicht veröffentlicht. Weil irgendein Horn-Ochse dann das Ding entweder verändert, neu hochlädt, unter eigenen Namen, keine Ahnung. Da kriege ich einen Brechreiz. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verklickt. Da drüben kam gerade ein Solaris entgegen. Das ist der von CNB. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ah, Bordstein. Hallo. 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 Da. Darf ich mal gerade ausfahren? Ja, okay. Nächste Haltestelle zum Neuschloss. Und sie haben noch nicht gemutzt. Toi, toi, toi. Steht wieder irgendeiner am Park da auf dem Buschtreifen? Nee. Die Fenster ist offen an, ja. 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 Die Fenster ist offen. Und sie hat sich die Fenster ist offen. Und sie hat sich nicht verhebt. Nappend! Möglichkeit in Richtung Oberfeld und Oberflächsortel. Guten Abend. Guten Abend. Nächste Haltestelle, Albert Einstein Gymnasium. Er fällt ihm aber früh. So, und. Können wir ihn mal rauslassen hier. Einmal normal. Nächste Haltestelle, Paul Krüsch-Russel. Da wollte die sich doch gerade vor den Busch schmeißen. Habt ihr das gesehen? Mann, 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 Mann. Wow. Ah, da hinten steigen noch einen raus. War's das? Ja. Nächste Haltestelle, Nordbahnhof. Es besteht Übergang zur S-Bahn sowie zum Regionalverkehr. Diese Fahrt endet dort. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ihre RVB. Tja, wie ihr hört, nähert sich unsere Fahrt dem Ende. Ich hoffe, ich verbessere mich so langsam mit meinen Let's Plays und werde auch verständlicher für die Leute, die mir zuhören von der Lautstärke. Man möge mir verzeihen, dass ich da noch ein bisschen rumexperimentieren muss. Ich werde also, wenn wir hier durch sind, wir haben es jetzt halb sieben durch. Also werde es gleich mal rendern über den Videomaker von Microsoft Movie Maker. und dann noch hochladen. Mal gucken, wie spät es dann wird. So, da rechts sieht man schon unseren Zielort. Drei Außenspiegel. Oben sieht man, welche Tour ich gerade unterwegs bin. Kann man nochmal vergleichen, ob auch das Richtige ausgeschildert ist. Normaler Ausstiegsspiegel oder rechter Außenspiegel. Und unten sieht man halt ungefähr, wie nah man am Bordstand steht. Und ob man den Blinker eingeschaltet hat. Haha. So, beim Forum hat auch schon einer angefangen mit einem RVB Repaint. Wahrscheinlich dann noch nach den alten RVB Farben. Denn ich vermute mal, so was ich bis jetzt an den Let's Play Videos gesehen habe, wird die RVB ein anderes Farbschema kriegen, wenn sie wieder öffnet. Aber das soll mir hier als Privatperson erstmal keine Sorge machen. So, Parkbremse rein. Türen auf. Wir sind da. Mit vier Minuten Verspätung. Nächstes Mal ein bisschen aggressiver fahren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann liegt an die Linie 30 hier in Rheinhausen. Bis dann.